Ja, endlich! Juhu! Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus! Moment! Es reicht nicht wie er auszusehen, um ein Gegenteil zu sein. Du musst dich auch wie er benehmen. Okay! Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus! Bitte nach Ihnen, Mr. Thaddeus. Das ist nicht, danke, Mr. Thaddeus. Sie sind stets willkommen, Mr. Thaddeus. Letztens hatten wir ja die Ananas gebaut. Heute geht es ran an seinen Nachbarn Thaddeus. Ihr kennt Thaddeus, er ist immer super gelaunt. Er freut sich natürlich, in diese Nachbarschaft mit einzuziehen. Und daher schnappen wir uns gleich mal die Böcke und ihr dürft nicht vergessen, wir sind Thaddeus, 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 Thaddeus. Für den Start heute holen wir uns mal ein bisschen blauen Zement raus, denn Fichtenholztreppen, dennoch haben wir nochmal hier die Türchen, dennoch haben wir noch ein paar steinzige Treppen raus und natürlich Glas. Ich empfehle heute mal türkises Glas für Thaddeus. Ich glaube, das wird Ihnen auch so ein bisschen gefallen. Wie immer geht es los mit unserem Grundriss. Dabei schnappen wir unseren blauen Zement erstmal. Da fangen wir vorne an, dass wir uns erstmal drei Blöcke hinsetzen. An den Seiten davon gehen wir so zwei schräg und dann biegen wir gleich einmal gerade so Seite einmal weg. Da setzen wir eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke hin. Das machen wir von der anderen Seite genauso, dass wir einfach hier schräg darüber, zack, fünf Blöcke uns setzen. Danach können wir hier einfach hinten an der Ecke noch eins so weiter nach hinten gehen und einmal alles zuziehen damit. Wenn wir das soweit haben, können wir das Ganze schon hochziehen auf eine Höhe von insgesamt vier Blöcke. Das heißt, wir setzen da noch eine drei Blocksticht drauf und können das einmal ringsherum ziehen. Wenn wir das soweit rumgezogen haben, geht es los, dass wir bei Thaddeus Häuschen erstmal mit den Seiten beginnen. Da fangen wir hier vorne bei diesen zwei an der Seite an, dass wir darauf jetzt nochmal eine Schicht setzen. Das sind so zwei Blöcke, die dann einer noch so nach hinten geht, so ein bisschen hier rüber über diese Reihe. Und da können wir darauf noch insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ups, nicht elf, sondern zehn Blöcke müssen wir uns darauf setzen. Ich würde mal sagen, nicht, dass wir hier durcheinander kommen, machen wir es nur auf der anderen Seite. Also hier setzen wir ein zweier rauf und darauf setzen wir dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. So, passt wunderbar, zehn Blöcke darauf gesetzt. Wenn wir das soweit haben, können wir das Ganze auf eine Länge nach hinten, würde ich mal sagen. Insgesamt machen wir das mal auf, na, ich würde mal vier Blöcke sagen, vier Blöcke, denn da oben setzen wir so eine zweier Schicht mal auf. Das machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Auch hier geben wir noch drei Blöcke da hinten weg und zwei in der Mitte hin. Wenn wir das soweit haben, setzen wir darunter jetzt noch eine weitere Blockschicht. Ich würde mal sagen, machen wir das Ganze zweimal, dass wir hier so eine Dreierbreite erstmal hier hinten haben. So, ne, dass wir hier drei Stück haben. Anschließend nach unserer dritten Schicht machen wir darunter noch eine vierte Schicht und die lassen wir jetzt einmal überstehen und können die einmal bis nach unten uns einmal hier komplett ziehen. Auch an der Seite setzen wir einfach hier eine vierte Schicht dran und setzen die uns auch dann einfach mal bis nach unten hin. Sollte dann auch perfekt hier unten in die Ecke reingehen. So, das können wir hier mal langziehen. Wunderbar. Kommt hier unten rein, das machen wir auf beiden Seiten. Wenn wir das erstmal soweit haben, wollen wir jetzt die zwei Ohren von der DSV-Häuschen uns schon mal hin basteln. Das heißt, wir fliegen jetzt hier an die Seite hin. Wir haben hier eine Fünfer-Schicht. Das heißt, darauf setzen wir eine Dreierschicht und können bei der Dreierschicht vorne in der Mitte einen überstehen lassen. So, darauf setzen wir jetzt die nächste Schicht wieder so drei Blöcke. Das können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt vier Blöcke machen. Da können wir hier so gucken, haben wir hier vier, wunderbar. Und können das Ganze dann hier auf beiden Seiten natürlich auch ein bisschen dicker machen. So, ganz oben drauf setzen wir wieder dann einfach so zum Haus hin einen Dreier und setzen vorne rein und in der Mitte oben noch einen hin. Und dann können wir hier hinten das, was noch offen ist, einfach zubauen. So, und dann haben wir die Seite schon zugebastelt und auch nur das, was wir brauchen, den Rest, den lassen wir holen. Das gucken wir dann später, wenn wir das einrichten. Andere Seite müssen wir natürlich jetzt auch nochmal hier, sag ich mal, das Ganze uns hochziehen. Ne, wie gesagt, vier Blockschichten machen wir uns hier hin. So, wenn wir das haben, können wir dann hier das Ganze wieder dicker machen. Und dann oben setzen wir natürlich noch unsere Zipfel rauf. So, zack, wunderbar. Und sollten oben nochmal zwei haben und die können wir hier zack, zack, zuziehen. Weiter geht's jetzt auf der Rückseite. Da können wir eigentlich hier unten uns eine Reihe hinsetzen von fünf Blöcke. An den Seiten lassen wir jeweils einen Block frei. Und dann können wir das erstmal so weit hochziehen, sag ich mal, ein höher, als jetzt hier die erste Schicht kommt. Und können den dann auch gleich einmal, äh, ja, nach innen laufen lassen mit einem weiteren Block. Ne, wir ziehen uns das Ganze hier ein höher, als die erste Balken hier ist. Und können das einmal nach innen setzen. Weiter geht's dann einfach nur, dass wir jetzt hier die Mitte einfach mal nochmal kurz ausfüllen. Sobald wir das denn ausgefüllt haben, das fliegen wir hier oben hin und setzen uns hier drei Blöcke in der Mitte hin. Lassen wir auch auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcke. Und sollte dann perfekt auf der gleichen Höhe sein wie hier. Weiter geht's nun, dass wir das Ganze, sag ich mal, hier ein bisschen, sag ich mal hier, einfach mal die Ecke, dann die zweite, die haben wir hier nach oben, einmal ziehen. Und dann hier auch wieder oben, zack, einmal so nach innen anzusetzen. Machen wir natürlich auch nochmal hier auf der anderen Seite. Ich gucke lieber von außen. Ne, wir hatten ja uns hier das einmal nach innen gesetzt. Ziehen wir hier auch auf die gleiche Höhe, wie wir das haben. Und füllen hier einfach mal die Lücke aus. So, wunderbar. Nun geht's schon ran an der Vorderseite von unserem Tadeus-Häuschen. Da fangen wir erstmal vorne an, dass wir hier, wo wir es frei haben, uns zwei Blöcke dann mal hinsetzen, die natürlich so nach vorne gerichtet sind. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcke. Kannen wir hier auch so machen, drei Blöcke. Und danach haben wir natürlich hier noch so eine Fläche vorne frei. Die können wir natürlich dann hier auch noch einmal so schräg nach vorne überstehen lassen. Und setzen hier auch das Ganze auf eine Dreierhöhe insgesamt. Weiter geht's denn, dass wir hier vorne bei unserer Mitte hier oben, blub, einen Block mal so überstehen lassen können. Und dahinter setzen wir wieder ganz einfach so eine Dreierreihe ran. Und machen das Ganze auch wieder auf eine Dreierhöhe insgesamt. Und wenn wir das haben, setzen wir davor wieder, zack, oben in der Mitte so einen Zipfel hin. Wenn wir das dann so weit vorne haben, fliegen wir jetzt von den Seiten hin. Hier können wir die hinterste Ecke hier einfach mal bis nach oben ziehen. Komplett bis wir oben hier sind. Und dann das Ganze einmal nach innen setzen. Wachen wir nochmal auf der anderen Seite. Auch hier der Zipfel, zack, setzen wir das Ganze einmal nach oben und setzen das hier so rein. Wenn wir das so weit haben, können wir jetzt darüber einfach mal hier, so schräg davon, einfach mal drei Blöcke hinsetzen. Die ziehen wir auf eine, ja, niedrige Höhe von insgesamt drei Blöcke, würde ich mal sagen. Hm, habe ich drei Blöcke gesagt? Ich meine mal fünf. Wir machen lieber fünf Blöcke, dann passt das Ganze. Dann stoßen wir perfekt hier an unsere Tadeus-Nase an. Und danach könnten wir eigentlich hier, was noch offen ist, einmal so nach innen zubauen. So, wenn wir das Ganze haben, wollen wir jetzt natürlich noch die Stirn ziehen von der Tadeus. Dabei gehen wir ganz einfach hier über der Nase, die befindet sich hier, dass wir hier einfach mal drei Blöcke so überstehen lassen. Und zur Seite geben wir noch jeweils zwei weitere Blöcke. Das machen wir hier auf beiden Seiten. Und dann haben wir schon diese Stirn von der Tadeus-Häuschen. Aber so ganz erkennen tut man das ja immer noch nicht. Von daher müssen wir natürlich noch die Fenster reinpasteln, also die müssen die Augen von der Tadeus-Häuschen. Da fliegen wir einfach hier oben zur Nase, schlagen dann erstmal hier die ersten zwei Blöcke weg und gleich daneben nochmal diese zwei Blöcke. Da könnt ihr jetzt einfach mal unsere Steintreppen so ganz normal hier einfach mal so unten platzieren. Und darüber natürlich nochmal die umgedrehten davon. Dann hat das Haus schon mal ein Fenster. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Zack, zack. So, und dann haben wir hier auch schon mal unsere Fenster reingebastelt. Was wir jetzt noch machen können, bevor wir das da reinsetzen, ist einmal nach innen fliegen. Und natürlich hier einmal, zack, unsere Glasblöcke uns einmal platzieren. Und damit wir die Mauer nicht nochmal brauchen, setzen wir die hier innen drin auch schon gleich mal ein. Also einfach hier auch gleich die Mauern einmal platzieren. Ihr wollt die ja auch innen drin benutzen, die Fenster. Soll ja nicht Deko sein. So, sieht das erstmal so aus. Wenn du meinst, dass du die Fenster erstmal so gemacht hast, können wir natürlich hier dann einmal die Decke reinziehen. Wir lassen einmal oben eine Blockreihe so ein bisschen überstehen. Darunter können wir das Ganze hier einfach mal zuziehen. Mal in manchen Folgen hat der Tadeus ja auch, sag ich mal, also kann er aufs Dach gehen. Und da ist er auch um so ein kleiner Rand. Und daher machen wir das nicht oben komplett platziert. So, wenn wir so weit sind, fehlt noch eins. Und zwar natürlich vorne die Haustür. Fliegen wir natürlich einmal unter der Nase hin und können hier drei Blöcke weghauen. Und dann setzen wir einfach mal unsere Fichtentür rein. Und darüber dann einfach nochmal da vorne eine Treppe. Weiter geht's jetzt, dass wir natürlich noch im Tadeus-Häuschen uns alles einrichten. Von daher schnappen wir uns mal ein bisschen grüner, trockener Beton. Dann holen wir uns noch ein bisschen Tropenholzblöcke. Dann noch ein paar Fichtenholzstufen. Dann noch ein bisschen blauer Zement. Dann holen wir unsere Steintreppen raus. Dann nochmal Tropenholzstufen, Steinstufen. Dann holen wir uns noch Birkenholzstufen. Und davon nochmal die Treppen. Man kann sie natürlich, bevor man jetzt reingeht, noch vielleicht mit Fichtenfeiltüren. Noch so ein bisschen diese Bretter bauen, die vor Tadeus-Häuschen sind. Ich finde irgendwie, das passt am besten dazu. Anstatt da einfach so Holzblöcke in den Boden zu hauen. Dann heben sie sich doch ein bisschen ab vom Boden. Von daher, solche Faltüren einfach mal, die machen sich perfekt dafür. Passt natürlich auch super zur Haustür. War auch in den meisten Folgen auch immer die gleiche Farbe wie die Haustür. Hast sie aber auch immer ein bisschen geändert. Naja, wir gehen hier erstmal rein. Und wollen natürlich uns hier erstmal unten so ein bisschen das Wohnzimmer von Tadeus machen. Die Wände oder Wandfarbe ist grün. Jetzt ist natürlich immer so die Sache, wenn du es unter Wasser baust, dann kannst du natürlich trockenen Beton nicht benutzen. Dann wird er ja natürlich fest. Von daher, musst du mal gucken, was du da nimmst. Natürlich, Überwasser empfehle ich immer zu trocknen. Beton ist natürlich auch wie das Mauerwerk von Tadeus Häuschen. Ist natürlich immer ein bisschen einfacher zu bauen, wenn man das mit Beton baut. So, da wollen wir natürlich jetzt erstmal so ein bisschen die Wand hier lang ziehen. Wir fangen bei der Haustür an. Da sitzen wir einfach daneben erstmal und bei Blöcke. Dann geht es hier weiter, dass wir an der, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier drin sind, auf der linken Seite, hier zwei Blöcke natürlich an der Wand setzen können. Das Ganze können wir eigentlich auch bis fast nach hinten setzen. Die letzte Blockreihe lassen wir erstmal frei. Dann gehen wir zur Seite weg, lassen eine Blockreihe wieder frei, setzen uns zwei Blöcke hin. Und an der Hauswand hier hinten setzen wir nochmal drei Blöcke. Auf der anderen Seite können wir das komplett hier einmal so ausfüllen. Und können das, was wir hier haben, alles mit Grün, das können wir auf eine Höhe von insgesamt vier Blöcke machen. Wenn du dir natürlich das jetzt hier einrichtest, kannst du natürlich über der Haustür auch nochmal, sage ich mal, die gleiche Treppe platzieren. Habe ich jetzt nicht in der Hand. Von daher setze ich erstmal eine Stufe mal kurz hin. Aber ansonsten kannst du hier dann erstmal alles auf vier Blöcke hochsetzen. Ich fliege mal hier rüber. So, sobald wir unsere Wände hier reingesetzt haben, kannst du natürlich jetzt noch den Boden hier ausfüllen. Bei Taddeus verwende ich jetzt einfach mal Tropenholzblöcke, um dann hier ein bisschen den Boden darzustellen. Der hatte nicht unbedingt Sand, Taddeus. Der hat sich schon abgehoben von seinen Unterwasserfreunden. Der hatte schon wirklich einen festen Boden drin. Nicht so wie Sponjoe oder Patrick, die einfach nur auf Sand die ganze Zeit gelaufen sind. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich mal die Decke reinbasteln. Die Decke ist bei uns, sage ich mal, gleich hier auf der letzten Höhe. Hier einfach von unserem vierten Block. Da könnt ihr dann einfach hier einfach mal eure Fichtenholzstufen einmal nehmen. Wenn ihr das als Decke nutzen wollt, komplett hier einmal bei unseren ganzen trockenen Beton. So, danach wollen wir nochmal einfach mal hier, würde ich mal sagen, in der Ecke, zack, würde ich mal sagen, jetzt hier von diesen drei Blöcke, da einfach mal einen hinsetzen. Da wollen wir nochmal einfach hier ein bisschen trockenen Beton uns hier einmal hinsetzen. Warum machen wir das? Und zwar, auf der anderen Seite müssten wir den dann hier einmal mal weghauen, denn wir wollen uns jetzt hier noch ein paar Treppen machen. Das heißt, wir fangen hier einfach mal in der Ecke an mit einer normalen Treppe. Dann brauchen wir einfach hier eine Stufe hin und dann geht es weiter hier wieder mit Treppen. Die ist gleich hier angelehnt. Dann geht es hier wieder weiter Treppe, Treppe, bis wir hier oben sind. Und da könnt ihr dann, würde ich mal sagen, ruhig eine Stufe erstmal nehmen. So, dann kommen wir jetzt dazu, dass wir jetzt unseren blauen Beton nehmen. Hier diese eine Fläche, die wir frei haben, nochmal ausfüllen mit blauem Beton. Und dann hier einfach auf unseren grünen Beton nochmal drei weitere Blöcke hinsetzen. Das Ganze macht ihr auch hier wieder auf eine Höhe, ich würde mal sagen, komm, machen wir erstmal vier Blöcke hoch. Und dann könnten wir hier eigentlich ein bisschen was weghauen. Und zwar, wir wollen ja später hier noch ein Geländer hin machen. Das heißt einfach, dass ihr dann hier das euch so ein bisschen frei haut. Hier lasst ihr einfach mal zwei Blöcke platzt und dann hier so treppenmäßig nach oben. Da machen wir gleich noch Zaun hin, obwohl das könnten wir auch gleich mal machen. So, mal kurz mir meinen Fichtenzaun geholt. Den setze ich mir einfach mal hier so ein bisschen hin als Geländer. Das reicht dann völlig aus. So, jetzt gehen wir hier weiter nach oben und wollen natürlich jetzt hier das nächste Stockwerk uns so langsam vorbereiten. Dabei fangen wir erstmal mit den Wänden an. Wir haben jetzt hier blauen Beton. Das heißt, du kannst dir hier aus, sag ich mal, erstmal so ein bisschen hier die Wände füllen, wie du möchtest. So, erstmal alles gerade machen. Und dann kannst du dir hier, würde ich mal einfach Fichtenholzstufen nehmen hier als Boden. Und kannst mir das hier erstmal so ein bisschen ausfüllen. Da fällt mir gerade auf, jetzt hier, wo wir das zusammen nochmal bauen. Wir haben ein bisschen mehr Platz. Man kann natürlich jetzt hier viel in die Wände auch bauen, wenn man möchte. Ich werde mir das Ganze noch ein bisschen enger bauen. Das heißt, ich setze mich hier an den Seiten dann einfach mal noch eine weitere Wand rein. Du musst das nicht machen. Du kannst das natürlich jetzt auch nutzen, den Platz, wie du möchtest. Du kannst dir ein bisschen anders auch ausbauen. Aber ich mache mir das Ganze ein bisschen enger. Du kannst natürlich jetzt Bücherregarde oder sonstiges, sag ich mal, die hier reinbasteln. Aber hier an den Seiten, da fülle ich dann einfach mal hier die Seiten komplett aus. Und mache die einfach mal mit meinem Beton hier einfach zu. So, gleiches Spiel auch hier vorne. Man kann halt irgendwas hier reinbasteln, wenn man möchte. Oder halt erstmal zubauen. Ich mache das erstmal zu. So, und lasse mir das erstmal. Jetzt möchte ich natürlich noch gleich ins dieses Stoppwerk kommen, bevor ich mir jetzt hier die Decke ziehe. Das heißt, einfach mal hier schlage ich nochmal zwei Stufen weg hier an dieser Ecke, wo man dann hier so abbiegt. Setze mir hier erstmal so zwei Treppen rein. Die können sich auch so ruhig ein bisschen anecken. Dann geht es weiter, dass wir dahinter eine Stufe machen. Gleich nochmal eine Stufe. Und dann gehen wir einfach mit den Treppen hier nach oben, bis wir, sag ich mal, jetzt hier so schon bei unseren Beton hier aufhören. Denn wir haben ja, sag ich mal, hier unsere Fenster und wir wollen ja nicht, sag ich mal, die Fenster auf dem Boden haben. Von daher müssen wir ja so ein bisschen gucken, wo die hier sind. So, da muss man sich natürlich auch seine Fenster ein bisschen machen. So, müssen wir natürlich hier so alles ein bisschen raufhauen. Zack, zack, wunderbar. Vielleicht machst du hier die Mitte noch zu, wenn du möchtest. Und dann kannst du, sag ich mal, hier die Seiten hier so lassen, wenn du möchtest. Oder lässt sie dir auf, wie du möchtest. So, die andere Seite mache ich mir mal zu. Warum auch nicht? Ansonsten kannst du, weil wir ja so eine Doppelwand haben, da auch immer Bücherregale oder sonstiges reinbasteln. Alles möglich, kannst du alles machen. Da haben wir vier Platz. Jetzt wollen wir natürlich hier uns den Boden noch reinbauen. Das heißt einfach, wir nehmen unsere Bökenholzstufen, gehen unten hin und platzieren die einfach mal hier an unserer Blockschicht oben. Warum machen wir das? Dass die Stufen natürlich jetzt hier auf der Blockhöhe sind. Das heißt, hier können wir ganz normal irgendwelche anderen Sachen platzieren auf der Stufe. Das heißt, wenn ihr ein Bett platzieren wollt, könnt ihr das perfekt machen. Da habt ihr keine Schwierigkeiten. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wir haben jetzt die Bökenholzstufen natürlich auch als Deckenfarbe. Aber lässt sich jetzt nicht so ändern. Auf den kleinen Raum müssen wir uns damit einfach, sag ich mal, ja, müssen wir einfach nehmen. Ist halt so. Ich würde euch noch empfehlen, hier diesen einen Block mal auszutauschen. Da setzen wir einfach dann so einen Bökenblock hin, weil sonst sieht das ein bisschen doof aus, wenn wir hier Beton haben. Jetzt hier bei der letzten Stufe, ja gut, mache ich jetzt auch nochmal hier einfach die Bökenstufe hin. Sieht einfach mal ein bisschen schöner aus. Du kannst natürlich den hier auf den Geländer hin machen. Ist keine Frage, machst du den Geländer hin. Ist natürlich ein bisschen eng hier oben, aber damit kommen wir schon zurecht. Ich würde auch sagen, wir machen mal das Geländer auf drei Zäune an sich. Können jetzt, sag ich mal, hinter unserem Fenster oder neben unserem Fenster auch nochmal hier das zuziehen. Und darüber nochmal so. Bevor wir das jetzt schon abschließen, würde ich mal sagen, ihr schnappt euch nochmal eure Bökenholztreppen. Denn wir wollen ja ein bisschen was verkleiden. Und zwar, wir hatten ja hier diesen einen Block ausgetauscht. Ist jetzt eine Empfehlung, um das so ein bisschen zu vertuschen, dass wir hier einfach so ringsrum einfach uns hier noch so ein paar Treppen hinsetzen. Hier so würde ich das Ganze dann so anecken lassen. Das sieht dann so ein bisschen gewollt aus. Kann man jetzt hier auch noch so ein bisschen machen. Und dann passt das irgendwie. Dann wirkt das so, als ob das alles gewollt ist. Was ja dann, sag ich mal, der Sinn dabei ist. So, hier kann man dann natürlich auch nochmal die Decke ein bisschen zuziehen. Damit das halt überall gleich ist. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal das zweite Stockwerk fertig. Das dritte. Habe ich nochmal so überlegt. Hier könnten wir eigentlich auch hier neben unserem Fenster oben halt ein bisschen mehr Platz zu haben. Das auch freilassen. Wie du möchtest. Du kannst das zubauen, musst du nicht. Ist dir halt offen. Ich würde nochmal sagen, hier machen wir noch eine Decke rein. Da würde ich mal sagen, nehmen wir das gleiche, was wir unten hatten. Einfach unsere Fichtenholzstufen nehmen wir mal dafür. Und können die auch hier wieder bei der, einfach bei der, zack, vierten Blockschicht, die wir hier so ein bisschen haben. Man würde sich auch vierer höher machen, wenn wir dann ganz oben die Stufenschicht hinsetzen. So, dann haben wir das hier alles eingerichtet. Natürlich muss es den auch ordentlich machen, wie, sag ich mal, beim anderen, beim Vorbau. Vielleicht kannst du dann auch, sag ich mal, statt Beton dann auch diese andere Farbe nehmen. Oder eher die trockene Beton. Weil das wirkt doch den ganzen Donnern doch ein bisschen besser. Ist natürlich doof. Unter Wasser kannst du es nicht nehmen. Dann wird es halt blau. Von daher habe ich das jetzt einfach mal mit euch im Beton gemacht. Weil viele möchten es ja vielleicht auch unter Wasser platzieren und dann wäre ja Quatsch. Dann geht das ja gar nicht. Dann wäre das ja gleich so. Anderfalls, wenn du es natürlich dir über Wasser platzierst. Ganz empfehlenswert, sag ich mal, die trockene Version davon. Ich finde, das wirkt einfach besser. So die Originalfarbe von Thaddeus Reuschen ist das eigentlich so jetzt der Block, der da am nächsten dran ist. Ist natürlich ein bisschen doof zu bauen. Warum? Ganz einfach, ihr müsst auch ein bisschen mit Barriereblöcken arbeiten. Natürlich die unsichtbaren Blöcke. Der Block ist schwerkraftgebunden. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen was machen. Natürlich unter den Nasen, unter den Ohren. Wie natürlich die Stirn müsst ihr abstützen. Weil sonst hält das Ganze nicht. Ist halt so die kleine Sache, warum man das denn ein bisschen umständlicher hat, sich das so zu ziehen. Sieht aber im Endeffekt dann schöner aus, als wenn man, sage ich, das nur mit Beton baut. Kann man natürlich machen. Ist keine Schande, das nicht zu machen. Aber mir gefällt es halt irgendwie mit Trockenem besser. Aber ist halt umständlicher. Ich hoffe, dass wir mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht Thaddeus Häuschen da. Jetzt kann er einziehen, wenn er es nicht schon ist und die Türen abgeschlossen hat. Ihr wisst ja, Spawnshop ist ja auch schon in der Nähe. Nicht, dass er einfach so wieder zu Besuch kommt. Aber ihr wisst ja, Spawnshop, der kommt irgendwie immer rein. Irgendwie ist er immer bei Thaddeus drin. Naja. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer für's Zusehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haus rein und tschüss. Jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal.